Moin seien liebe Retrofreunde, ich bin's euer Marcel und ihr seid wie immer herzlich willkommen hier bei uns auf dem Channel NES Commando und ja, was machen wir heute? Wir fahren heute mal los, ich werde gleich den Jansel abholen und dann fahren wir zum guten Flo, der wohnt hier bei uns in der Nähe und da werde ich zwei Games für meine NES Sammlung abholen, auf die ich schon sehr sehr scharf bin, die hat der Flo schon seit einiger Zeit bei sich liegen und heute ist es endlich soweit, ich kriege diese beiden Spiele. Es handelt sich dabei um zwei ziemlich seltene Perlen für meinen PAL-B Set und da nehme ich euch heute mit, wir fahren hin, mal gucken, der Flo, der hat uns eingeladen bei sich auch zu filmen, kleinen Kaffee zu schlürfen und einfach nochmal seine Sammlung zu zeigen, denn er hat wohl auch ziemlich geile Sachen da. Nur mal gucken, was sich so ergibt, ich werde auf jeden Fall euch mitnehmen natürlich dahin und dann schauen wir mal, wir sehen uns dann nachher auf jeden Fall nochmal wieder, wenn ich wieder hier bin sozusagen, dann zeige ich euch die Games nochmal ganz genau, erzähle nochmal ein bisschen was dazu, worum es sich eigentlich genau handelt und erstmal würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg und ja, liebe Freunde, auf geht's! Joa, Freunde! Wir fahren jetzt hier einfach mal eine Runde zum Flo. Wir brauchen so ungefähr eine Dreiviertelstunde. Das heißt, so ganz um die Ecke ist es nicht. Aber in Holstein ist ja eh immer alles so kraulisch ein bisschen weiter auseinander. Der Jansl ist so gut und filmt mich hier bei der Fahrt. Vielen Dank. So, dass ich ein bisschen erzählen kann, wie das zu dem Deal überhaupt kam. Und zwar, der Flo, der schrieb mich an vor einigen Wochen. Und da hatten wir mal so einen kleinen Tausch-Deal. Er hat irgendwie ein Spiel von mir bekommen. Ich glaube, Chittendale oder so. Und er war so nett und hat mir zwei Anleitungen geschickt. Und so eine kleine Yoshi-Figur und so habe ich vor Weihnachten mal angeboxt, sein Tauschpaket. Und hier Ariel für den Game Boy war da auch bei. Und ja, dann, ja, wir kamen so ins Gespräch. Und irgendwann schrieb er mich an und fragte mich hier, brauchst du dieses und jenes Game noch? Oder ich habe hier gesehen, du brauchst dieses und jenes Game noch. Ich habe die gefunden. Und dann sagte er mir Preise dazu, wo ich irgendwie schlucken musste, weil ich das für völlig unrealistisch hielt. Die beiden Spiele, um die es jetzt hier heute geht, sind sozusagen auch nur eine Essenz von den ganzen Games, die er gefunden hat für mich. Wie das dazu kam, weiß ich jetzt gerade selber nicht. Also wie er überhaupt auf die Suche gegangen ist und so, das muss man uns nachher selber sagen. Aber das Ding ist jedenfalls, dass die Games aus Spanien kommen und das immer so eine Sache war, ob die Inhaber der Spiele denn überhaupt bereit waren, die Games eben nach Deutschland zu schicken. Das ist nicht immer so einfach gewesen und bei den meisten war es leider nicht der Fall. Da waren nämlich auch noch ein paar andere sehr, sehr interessante Games bei. Bei den beiden, die wir jetzt abholen, da war das aber anders. Die Verkäufer haben gesagt, joa, das ist kein Problem, können wir machen. Und Freunde, die Preise für die beiden Games sage ich euch nachher, das ist absolut unschlagbar gemessen an dem Wert der Spiele. Denn an diese Games ranzukommen, ist hierzulande wirklich echt eine Aufgabe für sich. Ja, ich habe es jetzt quasi vor und die Games liegen also schon seit einigen Wochen beim Floh und bin sehr gespannt auf, wie die vom Zustand her sind und wie die so aussehen. Und die ganze Story gibt es dann eben gleich, wenn wir da sind. So sieht es nämlich aus. Ich mache einen Babypile. Was ist aber gerade dazu, Jan, ey? Hier alles aufgebaut extra hier für uns. Ja, das war der Hammer. Das war der Hammer. Das war der private Sitting Session. Das war mal ein Gamehunting nach unserem Geschmack. Ja, das war so krass geworden. Ja, das ist alles bereit. Das war der Hammer. Dathirdimmer. Daher grade. Baumann. Das war der hole. Untertitelung des ZDF, 2020 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 schon. Das ist auch komplett, aber es handelt sich hierbei um eine Ländercode-Variante. Bei dem, was ich habe, sind die OVP und das Modul im EEC-Ländercode. Die Anleitung ist im FRG-Ländercode, also Deutschland. Das gehört auch so zusammen, das muss so sein. Hier sind alle drei Dinge, das heißt OVP-Modul und Anleitung im NOE-Ländercode, also Nintendo of Europe. Mal schauen, also wenn jemand tauschen möchte gegen irgendein Spiel, was ich bisher noch nicht komplett habe, dann meldet euch bei mir, entweder unten in den Kommentaren oder Facebook NS-Kommando. Schreibt mir da, schickt mir eure Vorschläge und dann gucken wir mal. Spiel Nummer zwei ist Trojan, ein Capcom-typisches Arcade-like-Game. Ihr seht gerade das Gameplay dazu und ja, freut mich auch sehr. Ebenfalls komplett. Das ist ein Upgrade. Ich habe bisher nur das lose Modul gehabt. Das geht übrigens an den Tides Hubert und ebenfalls Kommando-Grüße an dich, falls du das siehst. Und ja, wie man das halt kennt, ne? State-of-the-art, High-Resolution-Graphics. State-of-the-art, High-Resolution-Graphics. In diesem Sinne bin ich wieder raus und übergebe an Marcel. Jo, back in the game room. Jetzt kommen wir zu den zwei Games, auf die wir alle warten. Es sind zwei Spiele, die mir in meiner Sammlung fehlen und die sind beide sehr spektakulär aufgrund ihrer Seltenheit, kann man eigentlich sagen. Ich fange mal mit dem etwas unspektakuläreren an. Und zwar ist es ein Spiel, welches auch in der FRG-Variante, aber auch in der Spanien-Version rauskam. Ich habe hier die ESP-Version, also die spanische Variante. Geilerweise mit Rudy Völler auf dem Cover. Tecmo World Cup Soccer. So sieht das Ganze aus. Tecmo World Cup Soccer. Ja, es würde ich mal so sagen, neben dem anderen Tecmo Football Game, die beiden sind so die seltensten Fußballspiele, die man auf dem NES kriegen kann. Und ja, ihr seht ja, wie es aussieht. Das hat mir einfach noch gefehlt in der Sammlung und ich habe mich sehr darüber gefreut. Kriegt man wirklich schlecht. Ist echt ziemlich selten. Taucht in Deutschland eigentlich so gut wie nie auf. In Spanien schon eher mal, aber da hast du halt immer einen Import und so. Die Story, die dahinter war, die hat der Flo mir so halb erzählt. Es wurde irgendwie, er hat für seine Sammlung Games in Spanien gesucht und ist dann über eine App gesteuert, bei der er gefunden hat, wo man eben nach Spielen suchen kann. Und hat über diese App dann wiederum, ist er so an spanische Privatleute rangekommen, die Spiele verkauft haben zu Toppreisen. Und die meisten davon wollten, hatten, hatte ich ja schon erwähnt, nicht ins Ausland liefern. Aber zwei jetzt doch. Und das in einem Fall eben Tecmo World Cup Soccer. Das andere Spiel kommt leider von einem anderen Verkäufer, sonst hätte man sich noch mal Versandkosten gespart. Ist aber, wenn ich euch nachher den Preis sage, trotzdem noch ein echter Schnäppchen hier, vor allen Dingen in dem Bundle. Hammer, hammer krass. Wir hatten eben schon Li Trevinos Fighting Golf und letztens hatten wir ja auch Guerrilla War und was weiß ich. Heute kommt es dazu, dass ich mein SNK-Subset voll mache. Und in meine Sammlung kommt das doch echt überaus seltene P.O.W. oder Prisoner of War. Sieht so aus. Prisoner of War, den Aufkleber unten hier, den muss ich noch mal abknibbeln. Aber ansonsten Prisoner of War ist wirklich ein Beat'em up, würde ich jetzt mal so sagen. Ein Beat'em up. Und ist das letzte mir noch fehlende SNK-Spiel. Spanien exklusiv sind, dieses eben auch. Prisoner of War, geil. Finde ich richtig, richtig geil. Habe ich lange gesucht und vor allen Dingen lange für einen guten Preis gesucht. Ich habe jetzt hier für beide Games, kann ich ja mal sagen, für diese beiden Games hier, Tecmo, World Cup und P.O.W. habe ich jetzt zusammen inklusive Versand einen Hunderter bezahlt. Klingt erstmal viel. Erstens, die Spiele sind super selten. Und für P.O.W. werden echt teilweise Preise aufgerufen, die weitaus allein schon für dieses Spiel, weitaus über 100 Euro liegen. Und von daher freue ich mich. Da gibt es eine geile Geschichte. Wir hatten mal, es gab vor einigen Monaten mal eins in Spanien bei Ebay zur Auktion. Und Mindestpreis waren 30 Euro. Und ich habe so in der Nacht irgendwann mal, habe ich einfach eingegeben 31 Euro und so Höchstgebot und habe gedacht, ja, entweder es klappt oder nicht. Und die Auktion wurde dann mir als beendet irgendwann angezeigt und das Spiel ist dann für 32 Euro weggegangen. Also war ich 1 Euro zu knauserig. Das Geile an der Geschichte war, dass der Manik das für 32 Euro ersteigert hat, ohne zu wissen, dass ich die 31 Euro abgegeben habe. Hat er mich sozusagen um 1 Euro getoppt. Und 30 Euro für P.O.W. ist ein vollkommen absurder Preis. Also das ist wirklich, wirklich unter allem, was man so findet. Und wenn ich jetzt mal so denke, hierfür eher 40, hierfür eher 60 Euro bezahlt, das ist es alle, alle, alle mal wert. Und ja, ich freue mich, diese beiden Games in die Sammlung aufzunehmen. Und jetzt mit diesen beiden Games in der Sammlung fehlen mir also noch 11. Mir fehlen jetzt also offiziell noch 11 Games. Welche das sind, könnt ihr auf der Homepage NES-Kommando.de nachlesen, da in meiner Wandlist mal stöbern. Wenn ihr über eins dieser Spiele stolpern solltet, die sind zwar ziemlich selten, aber falls es doch so sein sollte, dass ihr eben mal über ein Spiel stolpert zu einem fairen Preis, sagt mir bitte Bescheid, wenn ihr so nett seid und es nicht für eure eigenen Sammlung haben wollt. Sagt mir Bescheid. Ich suche und suche und suche. Und müssen halt gucken, dass wir die Games nacheinander auch dann hier rankriegen. Ja, liebe Freunde, das war es von heute. Heute mal so eine Mischung aus NES Live und NES Pickups. Ist ja auch mal ganz nett. Und schöne Grüße nochmal an Maniac. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, liebe Freunde, wenn es was zu zeigen gibt. Ich freue mich drauf. In dem Sinne bin ich erstmal raus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Sammeln, viel Spaß beim Zocken. Und ja, macht's gut, liebe Freunde. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. N Stand auf. N motion auf. Jeślived von oben steht.